Hallo und Willkommen im Jahr 2018 der NRW Boy 18 und ich wünsche euch ein frohes, neues, gesundes Jahr 2018. Wir haben heute Neujahr, den 1.1.2018 und ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Übergang. Ich, ähm, ja, hatte ihn auch, ähm, klein und fein zu Hause und war ja auch arbeiten, heute war auch arbeiten, heute war auch arbeiten. Ja, mein Deutsch ist, äh, noch in 2017, aber, äh, die Woche muss ich jetzt noch und dann habe ich auch ein bisschen Resturlaub, dann versuche ich ein bisschen runter zu kommen und versuche auch ein wenig hier zu spielen. Denn 2018, da kommen viele interessante Sachen auf euch zu, da wären mein neues Lenkrad, was ich ja, äh, im letzten Jahr geschenkt bekommen habe. Dann, äh, Zusi kommt auf euch zu, also wie gesagt, neue Omsi-Teile, äh, der Train-Simulator wird kommen, Zusi wird kommen. Ähm, ich habe auch schon hier neue Let's Plays liegen, die werden kommen und ich bin echt mega heiß auf viele, viele Dinge. Aber jetzt erst einmal sind wir hier wieder mit Nate, ähm, Papa Baum. Der hat uns nämlich im letzten Teil, im letzten Jahr gesagt, dass die Ranken kitzelig sind. Und dann wollen wir doch jetzt mal schauen, ob wir das Vieh jetzt befreien können. Danke an euren, äh, an eure vielen Glückwünsche. Ich hatte eigentlich vor, ein Video zu machen, aber das ist in der ganzen Hektik und in dem ganzen Brass dann irgendwie untergegangen. Ja, und, äh, dann war es auch schon ein Neujahr und dann war es auch irgendwie schon so spät. Mhm, mhm. Ja, äh, befreie das Vieh, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Kille, Kille, ja, haha. Warte. Bist du nicht wach? Keine Ursache, warte auf der Mary, ja? Wurde, Luca. Was? Wieso? In dem Ende nun? Aber wir, ah, wir können auf das Vieh wechseln. Ah, sehr gut. Ja, dann machen wir das doch direkt. Gleich, gleich, Vieh. Und, oh, irgendwie sehen die gleich aus, fast. Was? Ich kann mir hier wieder alles angucken, das bringt doch nix. Ja, genau, Vieh. Was hätt ihr hier seit? Was? Was, die können sich unterhalten? Ei, ei, ei. Okay. Es ist immer halt so eine Sache, das Vieh zu verstehen. Das ist immer sehr interessant. Kille, die, äh, betrachte den... Oh, abgearbeitet. Box. Box. Ja. Aber Boxus, Loxus, Noxus. Drinnos. Okay. Das ist immer wieder faszinierend, äh, was das Vieh von sich gibt. Hallo, Vieh. Alles in Ordnung mit dir und Kapitän Nate? Du zu, Loxus. Das ist gut. Pass mir ja auf ihn auf. Ich mache mir immer Sorgen, wenn er versucht, ein Held zu sein. Er versucht nicht ein Held zu sein. Er ist ein Held. Naja, okay. Aber alles abgearbeitet, das freut mich. Ich habe die Musik mir auch jetzt mal im gerenderten Zustand da nochmal angehört. Also, es geht mit der Lautstärke. An manchen Stellen ist es wirklich, meines Erachtens... Ich komme jetzt hier hochgehüpft. Doch, wirklich noch ein wenig zu laut, aber... Es geht. Man kann sich dran gewöhnen. Will er nicht. Na, was? Wie, was? Weil Nate gesagt hat, warte an Bord. Ach, da ist doch blöd. Ich hatte gedacht, ich kann mich mit dem Vieh jetzt hier draußen auch umgucken. Aber dem ist nicht so. Was gibt es jetzt hier zu tun? Vielleicht ist der Zylinder ein Geschenk einer Kobold-Dedikation. Wobei, dafür ist er eigentlich zu groß. Weil hier können wir überall mit was... ...interagieren. Es ist halt nur die Frage, warum können wir damit interagieren? Und hier oben bei ihr kann ich auch nichts mehr machen. Ivos Vater hat gesagt, dass nur sie Ivo aufwecken kann. Sie muss es aus freien Stücken tun. Niemand kann sie dazu zwängen. Tja. Sie sieht aus, als würde sie schlafen. Aber ihr Vater meinte, es sei mehr als ein Schlaf. Für sie würde die Zeit stillstehen. Hm. Und ansonsten... Ja, der Spiegel, das ist halt jetzt das Phänomen. Hinten wir jetzt Reisepulver? Könnten wir uns da vielleicht irgendwas mopsen oder so? Was haben wir überhaupt? Äh, der Schilf, Ohrlehrdosen, Notizbuch, Reißfeste Schnur. Können wir da... Man hat ein Telefon. Genau. Hm. Ist okay. Ach so, hat er sogar gemacht. Selbstgebautes... Ah, haha. Okay, kann ich jetzt hier sonst noch irgendwas mitmachen? Nein, das hier war das... Notizbuch? Äh... Was ist denn das? Das ist der berühmte Reisebericht, der an einer vergessenen Sprache über die Stadt Lorem Ipsum berichtet. Gelehrte behaupten, er erzähle vom Leben in der Stadt und von riesigen Reichtümern. Der Hauptgrund, warum dieser Text in aller Welt so bekannt ist. Hm. Was ist das? Der Autor scheint diesen Hieroglyphen eine große Bedeutung zuzuweisen. Hm. Wenn ich sie doch nur lesen könnte. Ach, warum haben die Leute damals nicht einfach unter die Bildchen geschrieben, was sie bedeuten sollen? Hm, hm, hm. Was, das war's? Ah, da. Hallo? Der Autor dieses Tagebuchs hat die Stadt nie gefunden. Deswegen weiß ich nicht, ob das Bild der Stadt seiner Fantasie entsprungen ist oder ob es auf Beschreibungen basiert. Lorem Ipsum Dolor Siddhahmet konsektetur alipisiki elet set eos mod tempor incidunt und labore et dolore magna aliqua. Und so weiter. Hm, für mich ist das nur eine Aneinanderreihung sinnloser Worte. Ich hätte das noch nicht mal vorlesen können. Allein schon dieses Wort hier. Was soll das heißen? Das ist eigentlich... Hier, zum Schluss ist es ein... Naja, eine Wellenlinie, sagen wir mal so. Gut, aber... Das ist der berühmte Reis... Ja. Er hatte überhaupt... Lorem Ipsum und so weiter. Und so weiter. Für mich ist das nur eine Aneinanderreihung. Ja. Selbst wenn die Stadt mal so ausgesehen haben sollte, sie ist vor Jahrtausenden untergegangen. Heute dürfte nicht mehr als ein paar Ruinen übrig sein. Wie groß sind da die Chancen, dass das Buch der Toten überlebt hat? Ach genau, das hatten wir vor. Genau, jetzt weiß ich auch so. Ha, jetzt bin ich wieder auf dem Laufenden. Können wir nicht hier... Hier ist gut. In der Bibliothek danach suchen und irgendwas finden vielleicht? Ich frage mich, ob... Hier. Hieroglyphen. Das habe ich gesucht. Nein. Hat der jetzt etwa... Wähle das Symbol aus. Ja, hier ist doch... Ja, also das hier ist drei. Aber was? Wähle das Symbol aus. Dieser kantige Stein. Mäh. Ist auch schlecht. Äh, Gott ist äh... Et. Natürlich. Das Wort. Ach da, hier! Edelsteine, Juwelen. Das ist ein sehr vielversprechender Anfang. Das zweite Symbol... Wüste. Ja, macht Sinn. Die Stadt befindet sich irgendwo in der Umzuwüste. Weiter. Füße? Was haben Füße damit zu tun? Kann man die Stadt nur zu Fuß erreichen? Das nächste Symbol... Drei... Drei Füße? Das ist ungewöhnlich. Vielleicht bringt das letzte Symbol Aufklärung. Drei... Drei Tage oder was? Durch die Wüste? Keine Ahnung. Zum Berg? Berge. Juwelen. Wüste. Berge. Das Juwel der Wüste am Fuße der drei Berge. Das ist es. Lorem Ipsum. Die Stadt mit den Dächern aus Gold ist das Juwel der Wüste und sie liegt am Fuße dreier Berge. Ja, oder so. Habe ich doch gesagt. Und diese drei Berge müssen sich westlich von Bremen befinden. Das sollte zu finden sein. Äh... Ja, und jetzt? Können wir da jetzt hinfliegen, oder was? Hier, komm. Lege ab. Genau. Auf geht's. Ja. Oh, es geht voran. Was? Och, nö. Elfenhain. Tugator. Äh... Seefels. Weißkammgebirge. Nordlande. Der Schwarze Turm. Und betracht die Umzuwüste. Also da müssen wir hin. Das ist die Wüste, in der sich die untergegangene Stadt Lorem Ipsum befinden muss. Moment. Ich müsste hier irgendwo eine detailliertere Karte des Gebiets haben. Ah. Wo können wir da? Betrachte die Berge. Bremen. Ha. Lass das Haar weg. Eieiei. So, soll ich da jetzt... Ich komm hier. Das ist die alte Oase Bremen. Die gab es schon zu Zeiten des alten Lorem Ipsum. Heute ist es eine hübsche kleine Stadt. Ja. Drei Berge westlich von Bremen-En. Ich verwirte viels nächste Mal Zeit, dass sich das Juwel der Wüste am Fuße dieser Berge befindet. Ich markiere den Ort auf der großen Karte. Seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden, hat kein Luftschiff mehr Lorem Ipsum angesteuert. Zeit, der alten Stadt einen Besuch abzustatten. Das muss es sein. Lorem Ipsum. Und wie es aussieht, hatte schon jemand für uns ausgebuddelt. Budel-Loop. Budel-Budel-Loop. Und viel macht jetzt direkt mit. Was ist das denn? Hat der Arme? Eine Mumie. Ha, ha, ha. Ist klar. Eine Mumie mit einer kleinen Schaufel. Ich frage mich, ob... Mortimer? Ähm, nein. Ich bin Nate. Das ist das Vieh. Aber ich suche Mortimer. Da? Unter dem Sand? Warum bist du nicht Mortimer? Ich, ähm, weiß nicht. Ach, Herr Jiminy. Wer bist du? Ich bin, ähm... Ist die Frage nicht viel eher, wer du bist? Ich bin Nate, wie ich schon sagte. Du bist weder Mortimer noch diese Elfe, die sich für Mortimer ausgegeben hat? Das... Ja, das kann ich bestätigen. Ja, wie heißt er jetzt? Wer ist dieser Mortimer, den du suchst? Mortimer hat mich aus der Dunkelheit geholt vor vielen Jahren. Ich hab bei ihm gewohnt, bis er verschwunden ist. Und jetzt suchst du ihn ausgerechnet hier? Wen? Diesen Mortimer. Hast du ihn gesehen? Ich hab schon überall gesucht. So ein klein wenig neben der Spur, die Mumie. Sag nicht, du hast dieses riesige Loch gegraben. Okay. Ähm, ich meine... Warum hast du es gegraben? Das soll ich nicht sagen. Mir... Mir kannst du es verraten. Was ist mit dem Loch? Ja, was hat es damit auf sich? Warum hast du es gegraben? Das hab ich nicht. Du warst es. Natürlich. Ich wollte nach Hause. Du stammst also aus Lorem Ipsum? Ja. Es muss hier irgendwo sein. Hast du... Hast du dich mal umgesehen? Hey, Lorem Ipsum. Was für ein Zufall. Ich stamme aus dieser Stadt, weißt du? Er ist total neben der Spur, aber irgendwie klein, süß und sympathisch. Was kannst du mir über das alte Lorem Ipsum berichten? Wie war das Leben hier? Toll. Wir hatten immer gutes Wetter. Und wir bauten die schönsten Tempel mit den hinterhältigsten Fallen. Haben sie in alle Welt verkauft und damit viel Gold gemacht. Ihr habt Tempel verkauft? Mit eingebauten Fallen? Klar. Wände, die sich plötzlich zusammenschieben und jeden Eindringling zerquetschen. Hier in Lorem Ipsum erfunden. Wir hatten Zuchtstationen für Skorpione und Vogelspinnen. Und wir gaben 3000 Jahre Garantie auf unsere Fallen. Das heißt, eure Fallen könnten auch heute noch funktionieren? Fallen? Was für Fallen? Ich suche ein Buch. Ich hab eins gesehen. Auf Mortemars Schreibtisch liegt eins. Ähm, ich suche ein spezielles Buch. Das Buch der Toten. Ach, das ist doch nur eine Legende. Äh, in dem Buch soll unter anderem angeblich stehen, wie man Leuten ewiges Leben schenkt, indem man sie mit Mullbinden umwickelt. Mal angenommen, es wäre keine Legende. Wo hätte man das Buch der Toten versteckt? Ah, das Buch der Toten. Einige sagen, es sei nur eine Legende. Aber ich habe es viele Male gesehen. Es wurde ins Grabmal des letzten Pharao von Lorem Ipsum gelegt. Dem verrückten Tut-Tut. Ist klar, Tut-Tut. Warum hat die Mumie so ein komisches, spitzes Kinn? Das sieht irgendwie komisch aus. Und dieser Tut-Tut, der ist wo begraben? Er liegt unter einer gewaltigen Pyramide. So einer wie der da. Wenn ich es mir genau überlege, sogar genauso einer wie der da. Hm. Was glaubst du, warum hat hier jemand eine Pyramide hingestellt, die genauso aussieht wie die von Tut-Tut? Hm. Wie kommt man in Tut-Tuts Pyramide? Wer es tut, tut. Und von was für einer Pyramide redest du da? Na, vergiss es. Was soll ich vergessen? Da ist auch so ein komischer Pixelfehler unter dem sein Kinn. Seht er das hier, wo mein Cursor jetzt ist? Entweder ist das irgendwas, was an seinem Kinn runterhängt, oder es ist ein Grafikfehler. Eins von beiden. Wird Mumien bei der Einbalsamierung nicht das Gehirn entfernt? Hm. Das ist komisch. Durch die Ohren. Ich könnte schwören, ich hätte genau diese Frage schon einmal gehört. Das möchte ich wetten. Ich muss weiter. Und du, du solltest vielleicht mal für ein paar Stunden aus der Sonne raus. Ich habe keine Zeit für Pausen. Ich suche eine Stadt. Sie muss hier irgendwo sein. Denk wieder von vorne an. Oh Gott, nee, ist der knuffig. Ach du Scheiße. Hotspot Mania. Ein Obelisk. Wie alles andere muss er für Jahrtausende im Sand gelegen haben. Ein Obelisk. Wie alles andere muss... Eine halbrunde Vertiefung. Im Inneren wurden Linien und Zahlen in den Fels geritzt. Vielleicht irgendwelche Berechnungen. Oder was religiöses. Keine Ahnung, was das ist. Ein massives Steinpodest mit einem Stück vergammeltem Holz in der Mitte. Was? Ich wusste, dass alte Steinsäulen häufig einen Holzkern in der Mitte haben, um die einzelnen Säulenteile an Ort und Stelle zu halten. Offensichtlich hatte auch der Obelisk so eine Halterung, die irgendwann dem Geist aufgegeben hat. Und warum hat er die jetzt einfach rausgezogen? Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gesamte Pyramide vom Sand bedeckt war. In dem Fall müsste das alles hier mehr als 100 Meter unter dem Düstenboden gelegen haben. Ich weiß, dass viele Leute Pyramiden beeindruckend finden, aber was ist schon dabei? Man stapelt Blöcke zu einem Haufen. Das konnte ich schon als Kind. Bin vielleicht nicht so groß, aber das Prinzip ist dasselbe. Die Mumie meint, das Buch der Toten sei mit dem letzten Pharao von Lorem Ipsum begraben worden. Seine Grabkammer befindet sich mitten in der Pyramide. Man muss jedoch irgendwie öffnen können. Ich vermute mal, dass hier unten irgendwo die Tür ist. Hier die drei Reihen. Das sieht so komisch aus. So, was haben wir denn hier? Steinkopf. Die abgebrochene Nase natürlich. Okay, abgearbeitet. Der Legende nach besaß Lorem Ipsum goldene Dächer. Ich sehe nur einen Haufen alter Steine. Okay, was haben wir hier vorne noch? Ein massives Ding. Ob die Mumie ihn alleine hierher gezogen hat? Der kleine Kerl sieht gar nicht so kräftig aus. Hm, der Sarkophag ist vergoldet. Nur unter normalen Umständen würde ich etwas Gold mitgehen lassen. Aber es ist etwas anderes, wenn der Bewohner des Sarkophags putzmunter ist und die noch braucht. Na, was war das? Hm, die ganze Platte ist mit Schriftzeichen übersät. Hieroglyphen, etwas, das wie altzwergisch aussieht und ganz normale Zeichen. Ad vero, eos, et acusam, et justo du, doloris et erebom. Das ist dieselbe vergessene Sprache, in der der Lorem Ipsum Text verfasst ist. Hm, okay. Na, mit dem Vieh? Oder soll ich mit dem Vieh kommen? Ich rede mehr mit dem Vieh. Hallo, mit dem Vieh reden. Hey, Vieh. Hä? Hä? Was? Übernimm du mal. Ich muss nachdenken. Ach, zum Wechseln müssen. So, ja, wahrscheinlich hätten wir da irgendwie jetzt auch so tauschen können. Äh, Vieh, ich will, ich wills Vieh. Ja, das verstehen wir sowieso nicht, was der will. Hörst du, guäle. Mama. Will du das? Mortimer, du, du bist so haarig. Soda Lupo? Kein Wunder, dass ich dich so lange nicht finden konnte. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Kuss, 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 kula labo. Meinst du? Na ja, wir können es ja probieren. Aber ich weiß wirklich nicht, warum da unten ein Friseur sein sollte. Genau. Ich kürze das mal ab, weil... Ja. Nicht bringt alles nix. Was haben wir denn da mit der Sternplatte? Er bleibt da drüben. Das ist gut. Das ist die Karte. Was ist, wenn ich der Mumie das... Nein, auch nicht. Nochmal mit ihr rede vielleicht. Hi. Wer... Wer sind Sie? Und was tun Sie hier? Äh, ah! Ich habe diese Steinplatte gefunden. Was steht da? Da steht, danke, dass Sie sich für den Kauf einer Pyramide-Modell-Weltwunder entschieden haben. In drei Sprachen. Es... es ist eine Betriebsanleitung? Unsere untergegangenen Tempel konnten recht kompliziert werden. Steht da, wie man die Pyramide öffnen kann? Nutzungsbedingungen, Gewährleistung, Reinigung... Da! Richten Sie die Pyramide genau nach Norden aus. Positionieren Sie Obelisk A mit Hilfe von Holzstift F in die Vertiefung G auf Steinsockel B. Wir empfehlen für den Aufbau Sklaven. Nicht im Lieferumfang enthalten. Jeden Tag um drei Uhr nachmittags zeigt der Schatten des Obelisken auf den Stein, mit dem man den geheimen Zugang öffnen kann. Warum schreiben Sie nicht einfach, welchen Stein man drücken muss? Wer schreibt denn sowas? Ich muss weiter. Aha. Auf jeden Fall haben... Tschüss. Tschüss. Genau. Haben wir jetzt eine... Naja. Heiße Spur. Eine erste heiße Spur, was wir hier machen müssen. Und der Spur werden wir nachgehen. Aber erst im nächsten Teil. Bis dann. NRW Boy 18. Adieu.